Hallöchen, Nummer 9. Hoffentlich diesmal kippt es nicht um. War schon wieder ein Bit. Diesmal ein Schlitz-Bit. Ja, was soll ich denn da zu sagen. Aber eins fällt mir auf, hier ist nicht wieder drauf gedruckt. Verrückt. Hier ist es bloß reingestanzt. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ja, selbe Qualität. Dicker Steg hier oben. Sieht mir aus wie gefräst. Schön verarbeitet. Das war es dann auch schon wieder von Türchen Nummer 9. Ciao.